Der Traum eines jeden Bloggers. Irgendwann ein Produkt rausbringen in der geliebten Kategorie, das genau so ist, wie man selbst das eben haben möchte. Den Traum haben sich jetzt zwei erfüllt. Aljoscha und Janik aka WhoCase und Kassel bringen ihre eigene Marke an den Start. Case Studio heißt das Ganze. Und die Pfeife aus dieser Reihe, die Case Grid, die schauen wir uns heute mal an. Wir werden auch noch ein bisschen auf das weitere Zubehör eingehen, aber hauptsächlich geht es um die Pfeife. Wir werden auch noch ein bisschen auf die Pfeife. Wir werden auch noch ein bisschen auf die Pfeife. Ihr habt ja vielleicht auch schon das Video gesehen von Janik und Ali, wie sie ihre eigene Marke vorstellen. Ansonsten solltet ihr euch das auf jeden Fall auch nochmal angucken. Da sind ganz viele Infos, wie die Marke entstanden ist, warum das Ganze entstanden ist, was es jetzt für Produkte gibt und was die Produkte so können oder wofür die gemacht wurden und warum die genau so gemacht wurden, wie sie jetzt eben gemacht wurden. Als erstes gucken wir uns heute aber die Pfeife an, die Case Grid. Eine Steckpfeife in der mittleren bis großen Kategorie würde ich sagen, irgendwo dazwischen, ist auf jeden Fall von der Größe gerade noch so, dass es für mich akzeptabel ist. Im Endeffekt ist das aber einfach Geschmackssache und ihr wisst ja, dass ich meistens eher die kleinen Pfeifen mag. Die Pfeife kommt in einem Komplettset zu euch für 190 Euro bzw. 189,90 Euro. Mit Code SWG könnt ihr auch noch den kleinen Scraper, den zeige ich euch später nochmal, könnt ihr den auch kostenlos mit dazu bekommen. Wenn ihr euch eine Pfeife oder mehr bestellt, also für 190 Euro, dann bekommt ihr diesen kleinen Schaber, der normal noch 10 Euro kostet, kostenlos nach oben drauf und es geht ein bisschen Support an mich raus. Wenn wir aber schon bei dem Preis und dem Lieferum und sowas angekommen sind, würde ich sagen, ich zeige euch erstmal, wie ich das Ding ausgepackt habe, wie der Karton aussieht, was da drin ist und wie man das Ganze zusammenbaut. Dann könnt ihr euch auch schon viel, viel mehr zu der Pfeife vorstellen. Beginnen wir mit dem Unboxing. Auf der Oberseite haben wir das Case-Logo mit dem Namen des ersten Drops aus dem Hause Case Studio. Auf der Vorderseite die gleichnamige Grid Hooker und auf der Unterseite haben wir eine Aufforderung, das Case zu öffnen. Öffnen wir das Case, befindet sich zunächst eine Dankeschön-Karte mit dem Case-Logo auf der Rückseite. Entfernen wir nun die Verpackungsmaterialien und öffnen die erste braune Box. Dann befindet sich darin eine ganz normale Steckbowl, in dem Fall in Clear. Und auf der Unterseite hat der Marvin leider einen kleinen Cut drin, sollte aber beim Rauchen nicht stören. Also im Normalfall sollte die Bowl einwandfrei bei euch ankommen. Innerhalb des Cases haben wir noch eine kleine Box, auf dem die bekannten Schriftzüge drauf sind mit den Einzelteilen der Pfeife. Unter anderem haben wir hier wieder zwei Kärtchen, einmal zum Aufbau der Pfeife und ein weiteres Kärtchen mit dem gesamten Inhalt des ersten Drops von Case Studio. Wir haben einen Schlauch mit dabei, soweit ich weiß sogar mit Case-Logo-Branding. Als nächstes kommt der Kohleteller. Auf der Unterseite des Kohletellers haben wir wirklich ein tolles Design und auf der Oberseite haben wir das Grid und Case-Logo. Des Weiteren haben wir eine Pom-Base mit einem Tauchrohr aus Edelstahl mit abnehmbaren Diffusor. Den obersten Teil der Rauchsäule mit dem Case-Logo. Eine Kopfdichtung, den Kopfadapter aus Edelstahl. Die Kugeln sowie einige Ersatzdichtungen. Die Rauchsäule an sich auch aus Edelstahl. Das Sleeve, das Verbindungsstück des Sleeves und das Pom-Sleeve ebenfalls für die Rauchsäule. Des Weiteren haben wir hier noch einen Schliffanschluss für die Pom-Base. Wie ihr seht, funktioniert das 1A. Neben der Pfeife und dem Schlauch ist auch noch das Case-eigene Mundstück mit im Paket enthalten. Kommen wir zum Aufbau. Zunächst nehmen wir die Abdeckung auf der Base, damit die Entlüftungskügelchen nicht wegfallen und stecken anschließend den Deckel wieder drauf. Dann nehmen wir das Tauchrohr und ziehen das einmal von unten durch die Base durch und verschrauben es mit dem Gewinde der Abdeckung. Dann nehmen wir das Pom-Sleeve und drücken es auf die Abdeckung drauf und nehmen die innere Rauchsäule mit dem Verbindungsstück mit der Dichtung nach unten und verschrauben es ebenso mit dem Gewinde an der Base. Und drücken das Verbindungsstück einmal auf die Pom-Rauchsäule. Anschließend nehmen wir das schwarze Sleeve und stecken es auf das Verbindungsstück drauf und kompletieren die ganze Rauchsäule mit dem oberen Stück aus Edelstahl und dem Case-Logo. Haben wir das gemacht, kommt der Kohleteller oben drauf, die Kopfdichtung wird oben aufs Gewinde geschraubt. Ja, schon können wir den Anschluss an die Base stecken, fehlt nur noch die Bowl und wir sind fertig mit dem Aufbau. Ja, Lieferumfang habt ihr gesehen, Aufbau habt ihr gesehen. Relativ simpel, man muss zwei, drei Kleinigkeiten beachten. Das könnte beim ersten Mal kurz haken, aber das ist auf jeden Fall, man braucht kein abgeschlossenes Maschinenbaustudium oder so, um das Ding zusammenzubauen. Das geht relativ easy. Man muss zwei Kleinigkeiten beachten, dass man das Sleeve erst über dieses Ding setzt, bevor man die innere Rauchsäule verschraubt und so. Aber ansonsten ist das relativ easy. Die Pfeife hat oben keinen Schliffanschluss, das ist schon mal wichtig. Also was heißt wichtig, dass das eine Pfeife hat? Ich meine wichtig, dass ihr das wisst. Dafür hat die Pfeife aber einen Schliffanschluss an der Base, das heißt den Schlauch könnt ihr immer relativ easy rausziehen. Schlauchfehler habe ich auch dran gemacht und ansonsten gibt es zum Lieferumfang gar nicht so viel zu sagen. Sie kommt mit dieser Standard Bowl, ihr bekommt die Pfeife, ein Schlauch und das Mundstück, nachdem sehr, sehr viele Leute gefragt haben, dass es leider nicht einzeln zu kaufen gibt. Ich verstehe die Entscheidung, die Jungs wollen natürlich erstmal die Pfeife verkaufen, aber ich glaube viele hätten sich auch sehr, sehr gerne einfach das Mundstück gegönnt. Vielleicht kommt das in Zukunft noch, ich weiß es nicht. Ich würde mir aber wünschen, dass das auf jeden Fall auch noch einzeln kommt. Das habe ich nämlich sehr, sehr gerne benutzt, nicht nur wenn ich die Case Grid geraucht habe, sondern auch an anderen Pfeifen, weil, das haben mir die Jungs gesagt, die haben das extra so schwer gemacht. Das ist ein massives Edelstahl-Mundstück, damit man das einfach auf den Tisch legen kann und es eben nicht einfach runterrutscht. Weil genau so habe ich sehr oft die Probleme, dass mir Carbon-Mundstücke oder so hier vom Tisch fliegen. Auch beim Zocken am Schreibtisch kann das manchmal ein Problem sein, mit dem Ding passiert das nicht. Am Anfang war es mir ein bisschen zu schwer, aber ich muss sagen, dieser Vorteil, dass man es einfach hinlegen kann, der ist schon wirklich geil. Und deswegen habe ich es tatsächlich sehr oft benutzt und ich finde, das sieht auch einfach schön aus, ist simpel, aber sehr, sehr nice. Bevor wir mit den Review-Punkten zu der Case Grid anfangen, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die anderen Produkte von Case Studio an. Das Erste und für mich auch das Wichtigste ist da auf jeden Fall die Gabelstecher-Kombi. Funktioniert hervorragend gut. Die Gabelfläche vorne ist relativ kurz, was ich nice finde. Für mich muss die Fläche der Gabel vorne so groß sein, dass man mit einer Tabakladung die Breite von dem Tabakdepot füllen kann. Sollte aber auch nicht zu viel sein, ansonsten fällt einem immer zu viel ins Funnelloch rein. Finde ich, das passt hier auf jeden Fall. Was ich nicht so geil finde bei der Gabelstecher-Kombi ist aber, dass man direkt nach der Gabelfläche so einen kleinen Böppel hat, weil dann eben dieses schwarze Stück anfängt. Da sammelt sich sehr oft Tabak und das mit einem Zeva abzuwischen, ist meistens relativ stressig. Ich baue hier meine Köpfe nicht direkt an der Spüle, das heißt, ich muss dann immer mit der Gabel in die Küche laufen und dann das Ding da abspülen. Hier würde ich es einfach mit einem Zeva machen, das funktioniert nicht so gut. Wenn das für euch kein Ding ist und ihr eh in der Nähe von der Küche oder von irgendeiner Spüle halt euren Kopf baut, ist das gar kein Ding, dann lasst ihr da kurz Wasser drüber laufen. Das ist auch nur eine absolute Kleinigkeit, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Da sammelt sich vorne ein bisschen Tabak und das einfach mit einem Zeva abwischen ist manchmal ein bisschen stressig, ist aber eine absolute Kleinigkeit. Die Gabelstecher-Kombi oder Multitool, wie das Ding richtig heißt, kostet übrigens 18,90 Euro. Das nächste Zubehörteil ist das Mundstück. Das Mundstück spiegelt so ein bisschen die Optik wieder, hat einen relativ kurzen Lernjahr dran, der dafür da sein soll, dass man das Ganze ums Handgelenk macht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da drin sehe, um mein Handgelenk zu machen, finde aber, dass das Mundstück an sich sehr, sehr cool aussieht, hat aber auch ordentlich Gewicht. Wenn ihr das jetzt auf das Case-Mundstück packt, ist das gar kein Ding. Wenn ihr jetzt aber so ein Carbon-Mundstück habt und ihr da vorne das Case-Tip drauf macht, dann ist das schon sehr, sehr Top-Heavy oder Front-Heavy, sage ich mal. Also wenn ihr hier sehr, sehr viel Gewicht dran packt, dann kippt euch das halt schneller um. Das ist jetzt aber auch nur eine absolute Kleinigkeit. Von der Optik her finde ich es sehr, sehr schön, dass das Lernjahr kurz ist. Ich weiß noch nicht, ob ich es so fühle. Es ist okay, es funktioniert. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das so supergeil finde. Ich habe aber meistens eh den Lernjahr nirgendwo drum, sondern lasst ihn einfach runterbaumeln und dann juckt mich das Ganze sowieso nicht. Von daher ist das bei mir auch kein Kritikpunkt. Von der Optik sehr, sehr nice. Vom Gefühl am Mund auch sehr, sehr nice. Und auf jeden Fall eine coole Erweiterung im Produktkatalog bei Case-Studio. Ein weiteres Zubehörteil, das bei Case-Studio mit auf den Markt kommt, ist der Halo. Der Halo kostet 30 Euro und ist literally ein rundes Stück Edelstahl, in das ein paar Ausfräsungen eingearbeitet wurden. In dem Logo-Design und noch ein paar weitere Design-Elemente. Das oder der oder die, der Halo. Der Halo ist dafür gedacht, dass man das um eine, wenn ihr so eine normale Kohleanzünder habt, so eine normale Platte, wo dann so die Heizspirale oben drauf ist, dann könnt ihr da den Halo drüber stellen. Der soll verhindern, dass euch die Kohle von dem Anzünder runterrollt. Und das finde ich eine sehr nice Idee. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ich mir oft einfach einen Alu-Windschutz gebaut habe, weil dadurch die Kohle schneller angeht. Ich finde aber, dadurch, dass der Halo schön weit außen sitzt, könnt ihr beides benutzen. Das heißt, ihr könnt Alu drum machen, damit euch die Kohle schneller angeht. Ihr könnt aber den Halo auch noch drüber machen, weil der ganz außen sitzt. Und so verhindert ihr, wenn ihr irgendwie die Alufolie abnehmt und ihr kommt an eine Kohle, dass euch die Kohle irgendwie runter auf den Tisch rollt. Finde ich, ist eine sehr, sehr nice Idee. Der Preis von 30 Euro ist allerdings auch schon ziemlich happig. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Ding schon wirklich sehr massiv ist und auch cool aussieht. Plus, das wird euch wahrscheinlich ein Leben lang halten. Also ich sehe das Ding nicht kaputt gehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ich glaube, das Teil hält auch noch viel, viel länger. Von daher sind 30 Euro, wenn man überlegt, wie lange das Teil hält, gar nicht mal so übel. 30 Euro für ein Stück Edelstahl finde ich aber doch schon relativ viel Geld. Wobei bei so Produkten denke ich eh, dass wenigste von dem Geld aufs Material zurückgeht, sondern halt einfach der Fertigungsprozess, ob du da so einen Halo-Lasers oder ob du eine Pfeife durch so ein Ding drehen lässt. Das muss trotzdem in eine Maschine eingespannt werden. Da muss trotzdem Mitarbeiter stehen. Das muss trotzdem verpackt werden. Das muss trotzdem verschickt werden. Das muss trotzdem gelagert werden. Wieder verpackt werden, weitergesendet werden und so weiter. Also ich glaube, die Materialkosten machen da am Ende gar nicht so den Preis aus. Das wird wahrscheinlich eine der kleinsten Positionen sein in den Kosten für dieses Produkt. Ja, das letzte Produkt, was wir dann noch haben, ist eine kleine Metallkreditkarte mit dem eingearbeiteten Case-Logo. Soll dafür da sein, wie ein Teigschaber. Grüße gehen raus an die Mutti. Dass ihr euch den Tabak aus den Tabakpackungen rausstreichen könnt. Funktioniert auch gut. Man kann auch normale Kreditkarten nehmen. Das hat auch immer gut funktioniert. Oder ein Teigschaber. Der sieht aber auf jeden Fall ein bisschen cooler aus. Und ihr müsst den nicht kaufen. Wenn ihr mit Code SWG bestellt, dann bekommt ihr den for free obendrauf als kleines Goodie für euch. Von daher, wenn ich mir denke, okay, den gibt es for free obendrauf, dann ist das Ding auf jeden Fall eine nice Sache. Würde ich mir den jetzt kaufen, wenn ich nicht den mit dem Code dazu bekomme? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weil da kann man auch tausend andere Sachen nehmen, die genauso gut funktionieren. Wenn ihr sagt, nee, ich will die Jungs unterstützen. Ich finde das nice. Ich habe aber nicht das Geld für die Pfeife. Und ihr wollt euch nur ein bisschen Zubehör bestellen. Dann ist das Teil auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Und es funktioniert auch gut. Man muss auch dazu sagen, diese Metallkarte sieht viel, viel weniger massiv aus, als sie letztendlich ist. Als ich diese Karte das erste Mal in der Hand hatte, dachte ich mir, okay, das Ding hat aber doch ordentlich Gewicht. Die Mundstücke kommen übrigens in drei verschiedenen Farben, genauso wie die Pfeife selbst. Das Blaue und das Schwarze sind hierbei eloxiertes Aluminium. Die silberne Variante oder Sterling, wie sie richtig heißt, ist komplett Edelstahl. Die blaue Variante nennt sich Kobalt und die schwarze Variante nennt sich Ink. Und wie gesagt, das ist auch bei der Pfeife komplett identisch. Also die Pfeife gibt es auch hier bei mir in dem blauen Kobalt-Design im eloxierten Aluminium, aber nur dieses Blauropfstück. Gibt es auch in schwarz, dann heißt sie Ink oder aus Edelstahl in der silbernen Optik, dann heißt sie Sterling. Und ich würde sagen, da kommen wir auch als nächstes zu und zwar zu der Pfeife. Und da hangeln wir uns wie immer an unseren ganz normalen Review-Punkten entlang. Angefangen mit der Qualität der Verarbeitung und den Materialien. Bei den Materialien fällt uns am Anfang auf jeden Fall so der Influence, der zu dieser Pfeife geführt hat, auf. Wenn wir uns den Stem angucken, abgesehen von der Bowl erstmal, dann sieht dieser Part hier sehr wie eine Mose-Pfeife aus. Wir haben eine Pom-Base, wir haben unten ein Pom-Element für den äußeren Rauchsäulen-Sleeve. Innen ist übrigens alles komplett aus Edelstahl. Und wir haben diesen Ring, der so ein bisschen an Panda erinnert, würde ich sagen. Zumindest war es bei mir so, das hat mich ein bisschen an Panda erinnert. Und oben haben wir dann nochmal Edelstahl und einen kleinen Teller mit einer leichten Wölbung, der mich irgendwie so ein bisschen an Dusche erinnert. Die Materialien sind aber alle sehr, sehr schön verarbeitet. Ich hatte keinerlei Kratzer im Pom, auch nicht im Edelstahl. Die Reinlaserung für das Logo, das konnte ich jetzt leider gerade nicht zu euch drehen. Das mit dem Logo sieht sehr, sehr schön aus. Der Schliff funktioniert sehr, sehr gut. Auch am Schliffanschluss habe ich keine Probleme. Mir ist der Schlauch nie abgerutscht. Er ging aber auch nicht schwer drauf. Bei manchen Herstellern gehen ja Schläuche unglaublich schwer drauf, sodass man die fast gar nicht bis zum Ende bekommt. Das ist nervig. Und bei anderen Leuten gehen die so leicht drauf, dass euch das Ding schon wieder abrutscht, was auch wieder nervig ist. Hier auf jeden Fall gut gelöst und das hat auch wunderbar funktioniert. Vom Zusammenbau bei den Gewinden ist auf jeden Fall auch nichts Negatives eingefallen. Das ist jetzt nicht auf deutsche Manufaktur-Qualitätsniveau. Also das ist jetzt nicht Aeon oder Stimulation oder andere sehr, sehr gute deutsche Marken. Man merkt, dass es nicht ultra krank hochwertig ist, aber es ist auf jeden Fall hochwertig. Und vor allem hochwertig genug, dass das Ding einen super soliden Eindruck macht. Also keine Gewinde haken. Die Gewinde fühlen sich nicht an, als wären die nach acht Umdrehungen abgenutzt. Das ist alles sehr, sehr nice. Also keine Kratzer, Materialien gut verarbeitet, schönes Finish und auch die Gewinde laufen wunderbar. Wo ich bei der Verarbeitung allerdings ein bisschen meckern muss. Die Bowl. Die Bowl ist wirklich nicht nice. Im ersten Moment sieht sie vollkommen okay aus. Ist ja auch eine komplette Standard Bowl. Die ist ja auch nichts Besonderes. Wenn man die aber so ein bisschen ins Licht hält und die dreht, sieht man sehr, sehr schnell, dass da so ein paar kleine Wellen drin sind. Ich habe jetzt keine Blasen, die bei mir drin sind. Ich hatte aber eine schon in der Hand. Die hatte unten einen kleinen Cut drin. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, das war auch die, die ich euch im Unboxing gezeigt habe. Ich muss aber auch sagen, ich denke, die meisten Leute, die sich diese Pfeife holen werden, die werden die früher oder später wahrscheinlich eh auf eine Cäsar Bowl oder sowas packen. Oder die haben schon irgendeine coole Bowl daheim. Und auch bei mir werdet ihr die nicht oft auf dieser Standard Bowl sehen. Ich wollte sie jetzt fürs Review benutzen, aber die Pfeife lief bis jetzt noch nie auf dieser Bowl. Also ich habe die sonst immer auf irgendeiner geilen Cäsar Bowl geraucht, weil es eine Million mal geiler aussieht. Ich finde, es gibt auch viele weitere Bowlformen, die dieser Pfeife sehr schmeicheln im Vergleich zu dieser Standard Bowl hier. Abgesehen davon, sie hält, sie funktioniert, sie sieht simpel aus. Das ist kein großer Kritikpunkt, aber man sieht, dass die Qualität von dem Glas nicht die hochwertigste ist. Was mich persönlich nicht juckt, weil dieses Glas wird wahrscheinlich ins Regal wandern und da selten wieder rauskommen. Und die Pfeife wird definitiv auf irgendwelchen geilen Cäsar Bowls laufen. Was noch zu sagen ist, das Tauchrohr verschraubt man direkt mit der Rauchsäure. Das habt ihr ja eben auch schon im Unboxing und im Aufbau vorher gesehen. Und wie gesagt, ist innen alles Edelstahl und von der Verarbeitung her alles tiptop. So, alles in allem muss ich sagen, gefällt mir die Qualität gut. Für 190 Euro würde ich also sagen, ist die Pfeife das Geld auf jeden Fall wert. Die Qualität wird da dem Preis auf jeden Fall gerecht. Abgesehen von der Bowl, was mich persönlich, wie gesagt, nicht juckt. So, als nächstes, ich hatte es ja schon kurz angeschnitten, das Design. Für mich, die Base sieht aus wie eine Mose Base. Also da sind für mich die Eindrücke, die der Influence oder die Inspiration, die die beiden da hatten beim Design von der Pfeife, ganz klar. Die Base sieht aus wie von Mose. Auch dieses Stück hier in der Rauchsäule. Also bis hierhin könnte das Ganze eine Mose Pfeife sein. Abgesehen davon, dass wir keinen O-Ring am Schliff haben. Oben, dieses Mittelelement hat man noch gar nicht so gesehen. Finde ich ein cooles Element. Ich finde es auch geil, dass die Rauchsäule sozusagen aus drei verschiedenen Arten von Materialien oder von verschiedenen verarbeiteten Materialien besteht. Finde ich ganz cool. Was man bei der Optik, bei der Case Grid auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist das sehr, sehr schöne Blow-Off-Ventil. Denn dieses Mittelelement in der Rauchsäule ist nicht einfach nur so da. Das hat natürlich einen Sinn. Und zwar kommt da der Blow-Off raus, der meiner Meinung nach sehr, sehr cool aussieht. Ihr habt ihn in den Cinematics schon gesehen, aber ich zeige ihn auch jetzt nochmal. Pustet man gleichmäßig, aber relativ stark, kommt der Rauch hier in einer sehr geraden Linie raus. Wird nach außen ein bisschen leichter. Sieht aber sehr, sehr geil aus. Man kann aber auch sehr schön mit dem Blow-Off-Ventil rumspielen. Pustet ihr ein bisschen leichter. Seht ihr, wie hier die einzelnen Fäden aus den kleinen Bohrungen aus dem Sleeve rauskommen. Entlüftet ihr sogar sehr, sehr leicht. Seht ihr, wie der Rauch hier in den schönen Fäden über die Base nach unten über die Bowl wegläuft. Was meiner Meinung nach sehr, sehr geil aussieht. Das ist designtechnisch auf jeden Fall schön gelöst. Wir haben zwar keine mehreren Blow-Off-Varianten, aber wir können die Sleeves wechseln. Und der Blow-Off aus dem Sleeve sieht auch sehr, sehr nice aus. Interessant ist auch, wie die innere Rauchsäule nach oben hin immer ein kleines Stückchen dicker wird. Um zu ermöglichen, dass der Blow-Off hier schön zentriert rauskommt. Finde ich eine coole Lösung. Ist gut gemacht. Und sieht gut aus. Den Teller feiere ich sehr von der Optik. Allerdings ist er relativ klein. Das heißt, wenn ihr zu der Gruppe Leute gehört, denen gerne mal so eine Kohle hier oben runterplumpst, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier so ein Kohleschutzgitter zu benutzen. Weil der Winkel, in dem die Kohle fallen kann, ist nicht besonders groß. Also wenn euch auf Kohle runterfällt, könnte das gut sein, dass bei der Case Grid euch mal eine Kohle nebendran fällt. Da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Ansonsten, wie gesagt, unten für mich Mose mit so leichten Panda-Einflüssen hier. Und hier oben könnte das auch einfach eine Duscherhooker sein. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde die Kombination geil. Ich würde mir wünschen, dass irgendwann noch eine komplette Edelstahl-Variante kommt. Das wird dann aber wahrscheinlich nicht zu einem Preis von 190 Euro machbar sein. Das wäre schon ein bisschen sehr krass. Aber vom Design. Mir gefällt sie sehr gut. Die Jungs haben auf der Webseite stehen. Übrigens, Website sehr, sehr nice. Case.studio, also case.kvze.studio ist die URL. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Eine sehr schön gemachte Website. Da merkt man auf jeden Fall, dass die Jungs da auch viel Wert drauf gelegt haben. Und auf der Website steht, dass die Pfeife eben das sein soll, was die Jungs feiern. Und das in einem schönen und simplen Paket. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann macht das auf jeden Fall Sinn, wie die Pfeife ist. Sie ist simpel, sie funktioniert easy und sie sieht dabei geil aus. Und das stimmt auf jeden Fall. Und das merkt man, finde ich, auch im Design. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es irgendwann vielleicht noch eine Edelstahl-Variante gibt. Oder eine neue Pfeife in Edelstahl-Optik. Wäre auch okay für mich. So, der wichtigste Punkt, das Rauchverhalten. Ich habe die Pfeife mit und ohne Diffusor geraucht. Und das ist bei der Pfeife wirklich ein riesen Unterschied. Ohne Diffusor habt ihr je nach Bowl-Form einen sehr, sehr schönen Klang. Also der Klang kommt wirklich gut rüber. Mit dem Diffusor wird es unglaublich smooth und auch relativ leise, aber nicht super leise. Wenn wir da auch die 1 bis 10 Skala einführen wollen, für wie leise macht der Diffusor die Pfeife wirklich, würde ich sagen, ist das von 0. Man hört gar nichts bis 10 so laut wie ohne Diffusor. Würde ich sagen, ist das so eine 4. Also der macht schon definitiv leiser, aber jetzt nicht super leise. Was der Diffusor allerdings krass gut macht, ist wie smooth man ziehen kann. Wenn ihr an der Pfeife ohne Diffusor zieht, fängt das Wasser an zu blubbern und sich zu bewegen. Das merkt ihr, finde ich, auch immer beim Ziehen, im Gefühl in der Lunge. Das ist dann so mal mehr Widerstand, mal weniger Widerstand. Das spürt man. Mit dem Diffusor ist das unglaublich smooth. Und das finde ich schon fast erschreckend, wie groß da die Differenz ist zwischen gar nicht so viel leiser, aber wie viel smoother das Ganze wird. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Ich mag das Gefühl, wenn sich eine Pfeife schön gleichmäßig ziehen lässt mit einem guten Diffusor. Und das hat man hier auf jeden Fall. Vom Anzug ist der Größe entsprechend, finde ich jetzt weder gut noch schlecht. Ist vollkommen so, wie ich es erwartet hätte. Da gibt es keinerlei Überraschung. Der Durchzug ist so ein kleines bisschen Russian-Influenz-mäßig, würde ich sagen. Also wenn jemand Durchzug wie Atmen haben würde, dann ist die Pfeife nichts. Also für die absoluten Durchzug-Fanatiker, finde ich, ist die Pfeife nicht geeignet. Da würde ich dann eher so eine Edition 4 oder sowas nehmen. Ich finde den Durchzug aber vollkommen in Ordnung. Also der ist mir weder zu schlecht noch zu gut. Das ist genauso in dem Bereich, wie ich das gerne hätte. Ich würde ihm auf der Skala von 0 bis 10 Punkten ungefähr so eine 7, 7,5 geben. Deswegen ein Ticken besser als der klassische russische Durchzug, würde ich sagen. Und das, obwohl ich schon wirklich relativ wenig Wasser drin habe. Ist wirklich nur ganz, ganz knapp über dem Diffusor. Alles in allem rauche ich die Pfeife aber sehr gerne. Das heißt, mich hat das Rauchverhalten weder überrascht noch enttäuscht. Ist einfach solide. Und das bei einer Pfeife, die cool aussieht, die in einem coolen Paket kommt, die durchdacht ist für 190 Euro, finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Und ich würde sagen, das ist auch schon mein Fazit zu der Pfeife. Finde ich sehr, sehr nice. Ist cool. Ich feiere es, dass die Jungs eine Pfeife auf den Markt gebracht haben. Ich drücke den Jungs auf jeden Fall die Daumen. Trotzdem hatte ich ein paar kleine Kritikpunkte bei dem einen oder anderen Thema. Aber ich finde, für die erste Pfeife, die da von dieser Marke K-Studio rauskam, ist das Ding schon wirklich brutal geworden. Also wenn andere Hersteller immer beim ersten Release so eine Qualität an den Tag legen würden, dann wären wir auf dem Shisha-Markt auf jeden Fall schon einen ganzen Schritt weiter. Ich feiere es, dass die Jungs am Start sind. Ich drücke den Jungs die Daumen. Ich hoffe, euch gefällt die Pfeife auch. Bis auf diese kleinen Kritikpunkte rauche ich die Pfeife wirklich gerne. Weil all diese Punkte, die ich genannt habe, machen am Ende des Tages beim eigentlichen Rauchen gar nicht so einen Riesenunterschied. Also wie gesagt, Paul juckt mich nicht, dass die Gabel immer unter der Spüle abgewaschen werden muss. Das juckt jetzt auch nicht so großartig. Ich mag die Pfeife. Ich hoffe, ihr mögt sie auch. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr sie schon probieren konntet. Oder was euer erster Eindruck hier von dem Video ist. Ansonsten Daumen nach oben. Abo nicht vergessen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Eure Shisha BG.